Miraculous Ladybug ist eine Zeichentrickserie, die sich nicht nur durch die Kämpfe der Helden, sondern auch durch die Beziehung der Paare weiterentwickelt. Kennst du denn alle Figuren, die sich in Marinette schon verliebt haben? Da hätten wir zu einem Nathaniel. Er hat in der Folge der Racheplan einen Comic gezeichnet. In dem Comic rettet er Marinette. Und dieser Comic wurde von Chloe enthüllt, um Nathaniel zu verspotten. Dann gäbe es noch Luca. Er offenbart seine Liebe zu Marinette in Folge 8 von Staffel 3. Ladybug ist sprachlos. Sowohl als Superschurke, als auch in seinem normalen Zustand. Danach kommt Adria. Endlich haben die Fans bekommen, worauf sie gewartet haben. Adria gestand Marinette in Staffel 5 seine Liebe. Und zu guter Letzt dann noch Zoe. Dies war einer der überraschendsten Momente. Es stellte sich heraus, dass Zoe in Marinette verliebt war, seit sie sich in Staffel 4 kennengelernt haben.